Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 33, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Flughafen Kassel-Kalten als Verkehrslandeplatz erhalten, Vergabeverstöße ahnden, 1937. Dazu der Entschließungsantrag der Dringlichen der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Vergabeverfahren beim Bau des Regionalflughafens Kassel-Kalten sachgerecht analysieren, Vergabeverstöße aufwählen und Betriebskonzept 2017 evaluieren, Drucks. 1936.18. Vereinbarer Redezeit ist 10 Minuten pro Fraktion. Ich erteile das Wort Herrn Abg. Willi van Ooyen für DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit 280 Millionen € hätte man die Breitbandversorgung im ländlichen Raum verbessern können. Das Geld wäre für den Ausbau des ÖPNV, die finanzielle Absicherung der Inklusion an den Schulen oder für eine angemessene Finanzierung der Kommunen deutlich sinnvoller eingesetzt worden gewesen. Das Land Hessen hat sich aber dazu entschieden, den Flughafen Kassel-Kalden auszubauen. Ein Flughafen, an dem in diesem Jahr bisher durchschnittlich täglich etwa 30 Flugzeuge, meist zweimotorige Propellermaschinen, starten und landen, mit denen am Tag 102 Passagiere und 4,6 Tonnen Fracht bewegt wurden. So manche Bushaltestelle, meine ich, wird häufiger frequentiert als der Flughafen Kassel-Kalden. Zum Vergleich am Flughafen Paderborn, der auch als einer der vielen Flops unter den Regionalflughafen gilt, flogen 2015 täglich etwa 2.100 Personen und Passagiere. Selbst am Flughafen Erfurt-Weimar flogen 2015 täglich etwa 630 Passagiere, also immer noch sechsmal mehr als in Kassel-Kalden. Von Hannover, das ebenfalls gut erreichbar aus der Region Kassel ist, will ich gar nicht reden. Dort waren es täglich etwa 15.000 Passagiere. Das, meine Damen und Herren, ist kein Schlechtreden eines gelungenen Projektes, sondern das sind die nüchternen Zahlen einer gigantischen Fehlinvestition, die CDU, SPD und FDP zu verantworten haben. Wir haben hier im Hessischen Landtag schon häufiger über den Sinn und Zweck dieses Flughafens in Kalden diskutiert. Ich bin mir sicher, auch heute wird eine Mehrheit der Rednerinnen und Redner wieder die Geschichte erzählen, wie wichtig der Flughafen Kassel-Kalden für die Region sei. Dabei wissen Sie aber ganz genau, dieses Millionengrab braucht die Region Kassel ganz sicher nicht. Nach der offenkundigen Fehlplanung des Flughafens als hessischer Leuchtturm kommt jetzt auch noch die Projektabwicklung durch das Land und der Flughafen GmbH in Verruf. Der Bericht des Rechnungshofs macht deutlich, dass das Vergabeverfahren erhebliche Mängel aufweist und es an einer Kontrolle der Kosten mangelte. Dabei geht es nicht nur um 1,9 Millionen €, Herr Minister. Allein schon deshalb lohnt es sich, genau hinzusehen. Ich bin dem Rechnungshof sehr dankbar, dass er dem Landtag einen entsprechenden Bericht vorgelegt hat. Meine Damen und Herren, dieser Bericht hat es in sich. Der Rechnungshof stellt hier erhebliche Vergabevergehen fest. Die Landesregierung bestreitet das nicht einmal im Wesentlichen. Sie bewerte nur die Schwere der Vergabeverstöße anders. Zum Teil sehen Sie auch gar kein Problem. Dabei wirken so einige Vorgänge, die der Rechnungshof in seinem Bericht beschreibt, im Moment mindestens dubios. Wenn eine Bietergemeinschaft die Erdbauarbeiten für den Flughafenausbau anbietet, im Bieterverfahren ein Angebot erst von 38,8 Millionen € um stattliche 19 %, nämlich auf 31.200.000 € verbessert und aufgrund dieses Preises den Zuschlag bekommt, ist das schon erstaunlich. Wenn diese Firma dann aber eine um 15 Millionen € höhere Schlussrechnung von 46 Millionen € stellt, ist das mehr als eine Nachfrage wert. Wirklich interessant wird die Geschichte aber mit der kleinen Anfrage der GRÜNEN aus der letzten Legislaturperiode, Nr. 18 7.220. Daraus kann man entnehmen, dass bei der Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhalten hat, die Firma Bicard Bau AG beteiligt war. Einem Unternehmen, in dessen Aufsichtsrat bis zum 30.03.2009 der ehemalige Wirtschaftsminister Herr Posch saß. Am Dienstag hat unser Finanzministerium noch eine weitere Liste zukommen lassen, beispielsweise über die Schlussrechnungen. Leider wollten Sie uns diesmal nicht mitteilen, welche Firmen die Aufträge eigentlich erhalten haben. Nichtsdestotrotz ist anhand dieser Liste nachvollziehbar, dass die Bietergemeinschaften, an denen die Firma Bicard Bau AG beteiligt war, die großen Kostentreiber beim Bau des Flughafens waren. Diese Firmen haben insgesamt Schlussrechnungen von deutlich über 120 Millionen € gestellt. Dabei lagen die tatsächlichen Kosten aber etwa 41 Millionen € über den ursprünglichen Angeboten. Diese Firmen haben allein in drei Gewerken 41 Millionen € mehr berechnet, als im eigentlichen Hauptauftrag veranschlagt. Das alles kann natürlich Zufall sein, und es liegt mir absolut fern, hier von Mauschelei oder gar Korruption zu sprechen. Aber um dies auszuschließen, müssen die Vorgänge bei Planung, Ausschreibung und Bau von Kassel-Calden näher untersucht werden. Wir werden uns hierzu ernsthaft Gedanken machen müssen, mit welchen parlamentarischen Mitteln das geschehen kann. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN des Abg. Dr. Ich erwähne, dass alle Kosten von Anfang an so niedrig angesetzt wurden und damit der Finanzminister die Gelegenheit hatte, beharrlich zu behaupten, dass alle Gutachten, die dort vorgelegt wurden, sich in diesem Prinzip auch einig gewesen wären. Der Rechnungshof signalisiert uns eher, dass die Unterschiede doch größer sind, als der Finanzminister es darstellt. Oder anders ausgedrückt, es stellt sich nach wie vor die Frage, ob die Landesregierung den Bau des Flughafens nur sehr sparsam im Haushalt veranschlagt hat. Es gibt also immer noch einige offene Fragen. Worüber mittlerweile Klarheit besteht, ist aber, dass die Behauptung, man habe beim Bau gezielt hessische Unternehmen fördern wollen, schlicht falsch ist. Dies zumindest hat uns der Finanzminister letzte Woche im Ausschuss sehr deutlich gemacht. Offen ist nach wie vor, wer denn dann eigentlich gefördert werden sollte. Um Nordhessen ging es dabei jedenfalls nicht, denn sowohl für die Gemeinde Kalden als auch für die Stadt Kassel sind die Kosten für den Flughafen mittlerweile eine anhaltende Sorge. Es gibt Ankündigungen, die sich mit schöner Regelmäßigkeit jedes Jahr wiederholen. Dazu gehört, dass die Eintracht Frankfurt diese Saison sicher nicht absteigen, der RMV die Fahrpreise erhöht und der Linienflugbetrieb in Kassel-Kalden in den Wintermonaten eingestellt wird. Das sind die Ankündigungen, die man so jedes Jahr hat. Der Flughafen hält Winterschlaf, aber die Kosten für Kalden und Kassel und das Land laufen weiter. In keinem Jahr wurde auch nur die Hälfte der in der Planfeststellung unterstellten Flugzahlen erreicht. Unter diesen Bedingungen ist der Flughafen nicht wirtschaftlich zu betreiben. Bis zum Jahr 2020 wird ein Gesamtdefizit von wenigstens 80 Millionen Euro aufgelaufen sein. Ich kann mich hier nur der Kollegin Karin Müller anschließen, die in einer Pressemitteilung am 19. Dezember 2012 erklärte, die GRÜNEN fordern Finanzminister Dr. Schäfer auf, nicht weiteres Steuergeld auf unendliche Zeit in den Flughafen zu stecken. Und weiter. Dann muss auch klar sein, dass, wenn jedes Jahr zig Millionen Euro Steuergeld in den Erhalt des Flugplatzes gepumpt werden müssen, dass irgendwann einmal auf die Bremse getreten werden muss. Das müssten selbst die größten Befürworter einsehen. Recht hat sie. Ich nehme an, dass die GRÜNEN seit ihrer Regierungsbeteiligung das Bremspedal suchen, wir könnten ihnen nicht behilflich sein. Für ein positives Geschäftsergebnis müssen pro Jahr zwischen 1,8 bis 2,4 Millionen Passagiere den Flughafen benutzen. Aber selbst wenn es diese Passagiere gäbe, könnte diese Anzahl auf dem Flughafen gar nicht abgefertigt werden. Das haben wir bereits 2013 hier festgestellt. Das Terminal sowie das Flughafenvorfeld des Flughafens sind nur für eine Kapazität von 660.000 Passagieren pro Jahr ausgelegt. Zur Eindämmung der Betriebskosten schlagen wir deshalb, wie bereits 2013 und 2014 vor, den Flughafen Kassel-Calden wieder zu einem Verkehrslandeplatz ohne Grenzkontrollen zurückzustufen und für das Terminal eine neue Nutzung zu suchen. Dass der Flughafen dauerhaft zuschussbedürftig sein wird, muss auch der damalige CDU, FDP, Landesregierung, aber auch der SPD in der Region klar gewesen sein. Sie wollten ihn aber als Leugendumprojekt durchsetzen. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Das ist nach den Kostensteigerungen mit Ansage und der dubiosen Vergabe der dritte Punkt, der einen Untersuchungsausschuss rechtfertigen würde. Darüber sollten wir uns verständigen. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Dr. Arnold für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Bau des Flughafens Kassel-Calden ist ein bedeutendes Infrastrukturprojekt in Nordhessen, das unverändert in der Region als wichtig angesehen wird und mit dem wir uns heute zum wiederholten Male beschäftigen, allerdings heute unter dem Aspekt der Baumaßnahmen und auch der dazugehörigen Vergabemaßnahmen. Auslöser des Tagesordnungspunktes ist ein Antrag der Fraktion der LINKEN zu einem Bericht des Hessischen Rechnungshofes nach § 88 der Landeshaushaltsordnung mit dem Titel Bericht über die Zuwendungen für den Ausbau des Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden zu einem Verkehrsflughafen. Dieser Antrag der Fraktion der LINKEN enthält leider wenig zu diesem Bericht, dafür aber eine Menge Bemerkungen, auch provozierende Feststellungen zum Flughafenprojekt Kassel-Calden. Herr Kollege van Ooyen, Ihre Rede jetzt hier war auch entsprechend ausgelegt. Ich möchte im Namen der CDU-Landtagsfraktion dies entschieden zurückweisen. Um, liebe Kolleginnen und Kollegen, Irritationen zu vermeiden, möchte ich zum Bau des Flughafens Kassel-Calden kurz unsere Koalitionsvereinbarung zwischen Schwarz und Grün zitieren. Ich zitiere mit Zustimmung des Präsidenten. Erstens. Die Koalitionspartner vertreten zur Notwendigkeit des abgeschlossenen Neubaus des Flughafens Kassel-Calden gegensätzliche Positionen, an denen sie auch jeweils festhalten. Zweitens. Ausgehend vom ersten vollen Betriebsjahr 2014 muss die Flughafengesellschaft in den Folgejahren sicherstellen, dass der vom Land zu tragen Verlustausgleich Jahr für Jahr um mindestens 10 % des Ausgleichs des Jahres 2014 sinkt. Drittens. Im Jahr 2017 wird die Entwicklung des Flughafens seit seiner Inbetriebnahme umfassend evaluiert. Dabei soll auch die dann absehbare Entwicklungsperspektive des Flughafens kritisch geprüft werden. Das haben wir auch im gemeinsamen Antrag formuliert. Ich denke, damit ist dieser Komplex umfassend erläutert. Was wir tun wollen und was wir in der Koalition vereinbart haben, habe ich damit noch einmal sehr deutlich gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das soll uns aber nicht daran hindern, die Argumente, die wir ausgetauscht haben, zu Vergaberecht und zu Vergabeverstößen noch einmal miteinander auszutauschen. Dieser dem Hessischen Landtag zugeleitete Bericht des Rechnungshofs stützt sich auf zwei separate Prüfungsmitteilungen an das Wirtschaftsministerium und an das Finanzministerium und ist ergänzt worden durch Stellungnahmen des Wirtschaftsministeriums und entsprechender Rechtsgutachten. Bevor ich aber zu den Einzelheiten dieses Berichts komme, möchte ich zunächst sehr gerne im Namen meiner Fraktion dem Hessischen Rechnungshof danken, namentlich Herrn Präsidenten Wallmann und auch den Kollegen bzw. Kolleginnen des V. Senats des Rechnungshofs für einen detaillierten, sehr professionellen und vor allen Dingen auch verständlichen und nachvollziehbaren Bericht, um eine wichtige Erkenntnis vorwegzunehmen. Es muss nicht nur bei großvolumigen Infrastrukturprojekten nachhaltig dafür gesorgt werden, dass bei künftigen Auftragsvergaben immer – ich zitiere aus dem Bericht – die Vergabegrundsätze Transparenz, Gleichbehandlung echter Wettbewerb und – ich füge von mir aus noch dazu – auch die Wirtschaftlichkeit unbedingt eingehalten werden. Der Rechnungshof empfiehlt zwingend in den Zuwendungsbescheiden künftig solide Mechanismen vorzusehen, die eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel gewährleisten. Die schwarz-grünen Koalitionsfraktionen begrüßen daher die Absicht des Finanzministers, mit den Abgeordneten des Landtags und dem Rechnungshof in eine Erörterung einzutreten, wie bei großem Bauvorhaben zukünftig die Einbindung des Landtags intensiviert werden kann. Wenn wir dies gemeinsam einführen können und die externe Projektcontrolling durch den Zuwendungsgeber auch noch eingeführt werden, dann denke ich, hat sich Herr Präsident Wallmann die intensive Arbeit Ihrer Kolleginnen und Kolleginnen mindestens in diesem Punkt schon sehr gelohnt. Ich halte es für eine wirklich wichtige Aufgabe, sich darum zu kümmern. Leider ist festzustellen, dass die Kosten für den Neubau des Flughafens Kasse-Calden, die sich inzwischen auf insgesamt 282 Millionen € erhöht haben und damit deutlich über den zu Beginn des Projektes geplanten Beträgen liegen, in der Folge der Jahre verändert haben, obwohl – auch das halte ich für wichtig, das nochmals deutlich zu erwähnen – die Flughafengesellschaft ein umfangreiches Vergaberegime zur Kostenkontrolle und Begutachtung aufgebaut hat. Da gab es einen im Flughafenbau erfahrenen externen Vergaberechtler ab 2006, ein externes Claymanagement durch Ernst & Young, die Fraport AG als erfahrener Berater, eine begleitende Arbeitsgruppe auch mit Gesellschaftern und ein im Flughafenbau und Betrieb sehr erfahrener Geschäftsführer, nämlich Herrn Ries. Trotzdem waren aufgrund gegebener Situationen Kostensteigerungen nicht verweidbar und sicherlich auch teilweise nicht vorhersehbar. Gleichwohl hat der Rechnungshof nachvollziehbar Mängel bei der Kostenermittlung festgestellt, die uns Sorgen machen müssen. Die ursprünglich von der Flughafengesellschaft erstellten Kostenprognosen wurden im Laufe der Zeit mehrfach auf der Grundlage zwischenzeitlich gewonnener Erkenntnisse überarbeitet und entsprechend auch umgesetzt. Ich möchte aber für meine Fraktion noch einmal sehr deutlich und ausdrücklich feststellen, dass die Landesregierung in den entscheidenden Jahren 2011 und 2012 den Landtag auf der Grundlage des jeweils bekannten Sachstandes auch bei der Aufstellung der Haushalte 2011 und 2012 eindeutig informiert hat. Die heutige Kostensumme von 282 Millionen € wird durch Grundstücksverkäufe der Flughafengesellschaft aufgefangen. Der Rechnungshof hat sich in seinem Bericht dezidiert und fachkundig mit der Vergabe von Bauaufträgen beschäftigt. Die Flughafengesellschaft vergab im September 2010 die ersten Bauaufträge begannen. Die Bauarbeiten begannen im März 2011. Am 4. April 2013 wurde der Verkehrsflughafen Kassem-Calden in Betrieb genommen. Der Rechnungshof hat stichprobenartig insgesamt 17 Bauaufträge mit einer Auftragssumme von rund 130 Millionen € geprüft. Bei der Vergabe wurden vom Hof verschiedene Unregelmäßigkeiten und Vergabeverstöße festgestellt. Das haben wir diskutiert. Die Abgeordneten hatten im Wirtschaftsausschuss und auch im Haushaltsausschuss ausführlich Gelegenheit, mit den Vertretern des Rechnungshofs über Vergabekonzepte und Details des Vergaberechts zu diskutieren und auch das Rechtsgutsachten, das beispielsweise das Wirtschaftsministerium erstellen ließ, entsprechend zur Kenntnis zu nehmen. Es wurde klar, warum der Rechnungshof aus Gründen der Transparenz und Gleichverhandlung das offene Verfahren als das vorrangige Vergabeart empfohlen hat. Aber es wurde auch klar, dass die von der Flughafengesellschaft gewählte Vorgehensweise der Sektorenverordnung, also ein Verhandlungsverfahren mit Bekanntmachung, zulässig war und keinen Vergaberechtsverstoß darstellt. Wir haben beim Großprojekt Vergabe des großräumigen Erdbaus in den Ausschusssitzungen ausführlich über den Unterschied einer zulässigen Nachtragsverhandlung im Gegensatz zu einer nicht zulässigen Nachverhandlung die Erinnerungen der Juristen mitverfolgt. Wir haben auch die Notwendigkeit zeitnaher Dokumentation noch einmal als wichtig erfahren. Ich stelle für die CDU-Fraktion fest, dass sich der Rechnungshof, die beteiligten Ministerien, Wirtschaft und Finanzen und die Flughafengesellschaft sich intensiv um die Klärung der Sachverhalte kümmern. Werden dabei schwere Vergabeverstöße festgestellt, dann müssen entsprechende Rückforderungen auch gestellt werden. Ich möchte abschließend allerdings eines betonen. Von besonderer Bedeutung sind uns die Umsetzungen der wertvollen Erkenntnisse zu künftigen Vergabeverfahren, die der Rechnungshof uns dankenswerterweise auch den Abgeordneten zugeleitet hat durch den Bericht und die Diskussionen. Das halte ich für eine wichtige Aufgabe, die wir in der nächsten Zeit miteinander umsetzen sollten. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Hahn für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kollegen! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute den Antrag der LINKEN sicherlich ausschließlich deshalb, weil der Rechnungshof vor einigen Tagen einen Bericht nach § 88 Abs. 2 der Landeshaushaltsverordnung zu dem Thema die Zuwendung für den Ausbau des Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden beim Verkehrsflughafen vorgelegt hat. Das Werk datiert vom 22. April 2016. Ich bin allen Beteiligten, natürlich auch den Vertreterinnen und Vertretern des Rechnungshofes, dankbar, dass wir in mehreren Ausschusssitzungen – Kollege Arnold hat darauf hingewiesen – am vergangenen Mittwoch war es, dieses Gutachten, seine Vorhalte, die Gegenargumente und auch die Schlussfolgerungen diskutieren konnten. Ich bin sehr dankbar, dass jedenfalls ich das Gefühl habe, Herr Kollege Arnold, dass vier Fraktionen des Hessischen Landtags mit Nuancen, anders, aber ansonsten die Beurteilung einigermaßen gleich sehen. Ich muss Ihnen gestehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich ein großer Freund des Hessischen Rechnungshofs bin. Das weiß jeder hier im Raum, gerade der meine politische Tätigkeit im Landtag in den letzten 28, 29 Jahren kennt. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Landesrechnungshof eine ganz wichtige Aufgabe in unserem parlamentarischen demokratischen System hat, indem er immer wieder fachlich fundiert auf Themen hinweist, wo wir als erste Gewalt oder als zweite Gewalt möglicherweise oder sogar de facto gegen bestehende Rechtsregeln, gegen anerkannte Regeln der jeweiligen Fachbruderschaften oder einfach gegen Transparenz verstoßen. Ich muss aber gestehen, Herr Dr. Wallmann weiß das, und seine ihn heute begleitenden Kollegen wissen es, dass ich mir mit einem schon immer schwergetan habe und jetzt in diesem Bericht wieder tue. Die öffentliche Berichterstattung, liebe Kolleginnen und Kollegen, war geprägt von dem Bild, dass eigentlich fast alles schiefgelaufen ist. Da wurden mindestens einmal zweistellige, in einer Berichterstattung sogar dreistellige Millionenbeträge unter der Überschrift korrespondiert, falsch vergeben, falsche Vergabe. Das kann ich dem Richtungshof nicht vorwerfen, weil Sie haben diese Berichterstattung nicht gemacht. Aber Sie haben natürlich ein bisschen die Grundlage dazu gelegt. Ich will das hier sehr deutlich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, Kritik ist nie eine Einbahnstraße, sondern hat immer etwas mit Gegenverkehr zu tun. Ich finde die Argumentation in einem zentralen Punkt dieses Berichts und nicht nur ich, sondern die Freien Demokraten in diesem Hause, dass nämlich offen hätte das Vergabeverfahren durchgeführt werden müssen, nicht richtig. Ich bin auch dankbar, dass der Präsident, Herr Dr. Wallmann, auch wenn es eine interne Sitzung war, ich sage es jetzt trotzdem, man möge mich rügen, ich glaube, das wird keiner tun. Kollege Arnold hat es eben auch schon fast so gesagt, festgestellt hat, dass das von der Landesregierung, ich komme gleich noch dazu, wer wirklich das Vergabeverfahren gemacht hat, dass das gewählte Verfahren der Sektoren rechtlich nicht zu beanstanden ist. Wir haben uns ein bisschen gestritten, Herr Dr. Wallmann und ich, aber ich will es auch Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht vorenthalten, wenigstens über die Frage der Diktion. Dann schreibt nämlich der Rechnungshof auf Seite 21 unter Würdigung, Ziffer Arabisch 4, das Ministerium hat es versäumt, der Flughafengesellschaft von Anfang an die Anwendung des offenen Verfahrens aufzuerlegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Wirtschaftsministerium hat es nicht versäumt. Das Wirtschaftsministerium hat ganz offensichtlich in Absprache mit dem Finanzministerium eine Entscheidung getroffen, dass die Vergabe nach dem Sektorenmodell auch möglich ist und deshalb keine Vorgaben gemacht. Daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, und das wird in diesem Bericht immer von der Diktion her fester, dass das alles falsch sei. Man kann hier nur etwas verabsäumen, wenn man etwas falsch gemacht hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Vertreter des Rechnungshofes, das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Sie haben in einer einzigen Anmerkung an meine akademischen Arbeiten in einer Fußnote darauf hingewiesen, woher Sie die Behauptung nehmen, dass nur das offene Verfahren das richtige Verfahren sei, nämlich im Jahr 2005 ein Beschluss der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder. Ich finde, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Aussagen dieser Persönlichkeiten von besonders wichtiger Bedeutung sind. Aber Sie ersetzen nicht Recht. Sie ersetzen nicht Recht, sondern Sie versuchen, Selbstrecht zu setzen und haben das jetzt im Wege der öffentlichen Diskussion wieder versucht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich vervollständige diesen Satz bewusst nicht. Ich habe gemerkt, dass er nicht vollständig ist, weil ich sagen möchte, ein bisschen wie der Luft heraus kann. Man kann darüber streiten, was das richtige Verfahren ist. Der Rechnungshof hat ganz offensichtlich auch den damaligen Wirtschaftsminister davon überzeugt, dass man von dem Sektorenverfahren auf das offene Verfahren übergeht. Aber es ist keine Begründung dafür, dass das andere nicht geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dieser sehr grundsätzlichen rechtlichen Bewertung will ich Ihnen, genau wie Kollege Arnold, sagen, ja, es sind erkennbar bei der Vergabe Fehler gemacht worden. Jeder von uns, der es leugnet, wäre tumpf. Die Höhe ist streitig. Wir haben auch darüber diskutiert, und ich bin der Finanzminister sehr dankbar dafür, dass er das in der eigenen lockeren Art auf vergangenen Mittwoch bei dem Thema Schaden definiert hat, nach dem Motto, was denn der Schaden ist. Eines scheint mir klar zu sein, dass von Dritten irgendwelche Beträge aus rechtlichen Gründen nicht geholt werden können. Also ist es im Innenverhältnis zwischen dem Land Hessen auf der einen Seite und dem Kassel-Calden, Airport International, Tralala, GmbH und Co. KG auf der anderen Seite. Ich habe den Namen vergessen, weil er sich irgendwann einmal geändert hat. Flughafen, Gesellschaft, Kassel. Aber Airport kommt darin vor. Walter, das weiß ich ganz genau. Das ist eine Erhebung für meine Geburtsstadt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es also keine Ansprüche gegenüber Außenstehenden außer der 68-prozentigen Tochtergesellschaft des Landes Hessen ist, dann ist es im Innenverhältnis letztlich zu klären. Da hat der Finanzminister zu Recht darauf hingewiesen, okay, der Schaden, der jetzt wohl erkennbar ist, unter 2 Millionen €, den kann man irgendwie aus der Gesellschaft herausquetschen. Das Argument, man übernimmt jetzt Grundstücke, und deshalb wäre kein Schaden vorhanden, halte ich für ein bisschen hinkend, weil man hätte ja auch den Wert der Grundstücke für etwas anderes benutzen können. Ich sage aber bewusst, ich habe als Europaminister ja Diplomatie gelernt, es ist hinkend. Aber wenn jetzt die Forderungen so groß wären, der Finanzminister hat einen Betrag zwischen 20 Millionen € usw. genannt, um uns deutlich zu machen, was er meint, dann wäre es für das Land Hessen wiederum irgendwie nicht sinnvoll, den Betrag von der Gesellschaft zu holen. Ich habe das verstanden, dass das für das Land Hessen nicht okay ist, dass der Schaden dann größer wäre. Jetzt komme ich zu der letzten Bemerkung, wo es mich schon ärgert, aber wir sind ja von den LINKEN nichts anderes gewohnt, wo es mich schon ärgert, so nach dem Motto, ich wollte es ja einmal gesagt haben, aber ich habe nichts behauptet, also mache mich sofort wieder vom Acker, aber ich spritze einmal kurz mit der Giftpistole, das Thema anzuschreiben, wer denn die Vergabe bekommen hat. Herr Kollege, Sie takko ist es. Das wollte ich jetzt nicht weiter sagen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, klar ist, dass nicht eine einzige Vergabe von Mitarbeitern und oder Hausleitungen eines hessischen Ministeriums vorgenommen worden ist. Es ist klar, dass Sie bei keiner Vergabe einen direkten Einfluss hatten, mit Ausnahme derjenigen, die Mitglied des Aufsichtsrates waren. Die Vergabe ist ausschließlich, so auch der Bericht, von dem Unternehmen in Kassel vorgenommen worden, und dann noch mit der Begleitung, die Kollege Arnold von Beratungsgesellschaften über Anwälten bis hin zu Fraport vorgetragen hat. Wie Sie sich dann trauen, Herr van Ooyen, ein ehemaliges Aufsichtsratsmandat eines ehemaligen hessischen Staatsministers in Diskussion zu bringen, zeigt, dass es Ihnen nur um Giftspritzen geht und nicht um die Frage der inhaltlichen Aufklärung, was wirklich dort passiert ist. Wenn es ausschließlich nur um Giftspritzen geht, wenn er nichts damit zu tun hat, weil er gar nicht involviert gewesen ist, dann kann er auch daran nicht schuld sein. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Heute, wie bestellt, ist aber nicht bestellt, gibt es einen Kommentar in der FAZ im Wirtschaftsteil zum Thema, wie man in Deutschland mit Flughäfen umgeht. Dann möchte ich zum Abschluss zitiere den Satz, Deutschland braucht ein stimmiges Gesamtkonzept für die Luftfahrt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesregierung muss endlich einmal zu Potte kommen, damit wir ein gescheites Luftverkehrskonzept bekommen, und dann würde so etwas auch nicht mehr passieren. Vielen herzlichen Dank. Wir können die Debatte fortsetzen. Das Wort hat Frau Kollegin Müller für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es fällt ein bisschen schwer, so nahtlos weiterzumachen. Aber ich tue es jetzt. Kassel-Calden ist zwar auch ein unerfreundliches Thema, aber nicht so ein unerfreuliches Thema. Dauerbrenner hier im Haus so richtig freuen können wir uns nicht über das Thema. Auch wenn ich natürlich gerne über Nordhessen rede, lieber würde ich natürlich über Erfolgsgeschichten reden. Dass Kassel-Calden dazugehört, darüber sind wir uns einig, das kann man nicht behaupten. Die einen werden das mehr bedauern als die anderen. Wir haben das immer befürchtet. Aber wir haben zu Beginn der Legislaturperiode gesagt bzw. der Ministerpräsident hat es so formuliert, dass wir in die Koalition hinein gehen, in der Haltung, der andere könnte auch einmal recht haben. So sind wir da drangegangen. Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag mit der CDU ein Verfahren zum Umgang mit Kassel-Calden verabredet. Dr. Arnold hat es hier auch schon dargestellt, trotz ursprünglich unterschiedlicher Auffassungen in der Koalition. Wir sind uns darüber einig, dass der Defizitausgleich jährlich sinken muss. Das tut er zumindest bisher. Nächstes Jahr sollte auch noch einmal ein gutes werden, wenn die voraussichtlich geplanten Flüge nach Athen im Zuge der documenta stattfinden. Das wird zur Auslastung beitragen. Was danach kommt, können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber wir reden heute über Kassel-Calden hauptsächlich aufgrund des umfangreichen und sehr spannend zu lesenden vertraulichen Berichts des Rechnungshofs. Dieser wurde auch schon im Haushaltsausschuss und im Wirtschaftsausschuss beraten. Die SPD-Fraktion hat dazu Fragen an den Wirtschafts- und Finanzminister gestellt, die auch alle umfassend beantwortet sind. Aber es ist noch längst nicht alles aufgeklärt worden. Der Rechnungshof hat Vergabeverstöße festgestellt, die wir jetzt aufklären müssen und die dann auch geahndet werden müssen. Das ist unsere Aufgabe, hier keine Fragen offen zu lassen. Ob die Höhe der Kosten durch eine andere Vergabe hätte gesenkt werden können, das muss im Zuge der Untersuchung geklärt werden und natürlich auch, ob die Vergabe nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt ist. Dazu können wir aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Der Rechnungshof hat in sechs Fällen Vergabeverstöße festgestellt. Das Wirtschaftsministerium hat diese Fälle vorab geprüft und bei drei Vergabeverstößen auch bereits die Zuwendungsbescheide teilweise widerrufen. Bei den anderen drei Vergabeverstößen teilt das Wirtschaftsministerium die Auffassung des Rechnungshofs zurzeit nicht, zumindest was die Schwere der Vergabeverstöße angeht. Aber wie gesagt, wir gehen davon aus, dass alles noch umfassend und sorgfältig geprüft wird und der Landtag über das Ergebnis informiert wird. Wir hatten bereits im Jahr 2002 ein Gutachten von Herrn Prof. Bossl erstellen lassen, der bereits damals von mindestens 250 Millionen € sprach, als ihr im Haus noch ganz andere Zahlen genannt worden sind. Auch das ist heute bereits erwähnt worden. Selbst die 151 Millionen €, die lange im Raum standen, waren schon ein Vielfaches der ursprünglich veranschlagten Kosten. Im Jahr 2010 wurden daraus innerhalb kürzester Zeit 225 Millionen €. Ab dem Haushaltsjahr 2012 waren es dann 271 Millionen €. Jetzt sind wir bei 282 Millionen €. Darüber wurde der Landtag 2014 informiert. Was ich überhaupt nicht verstehe, und da höre ich auch schon einen Kommentar, sind die Gedächtnislücken der Sozialdemokraten. Herr Kollege, ich komme doch mal in der Frage des 282 Millionen €. Ich komme doch mit in der Zitat. Es gab einen Berichtsantrag Ihrer Fraktion. Ich komme doch mit in der Zitat, die wir da sind. Herr Kollege, ich sage es nicht. Es gab einen Berichtsantrag, und zwar auch presseöffentlich. Aber nicht nur in der Frage der 282 Millionen € gibt es bei Ihnen Gedächtnislücken. Denen hätte man sich erinnern können. Sie tun es anscheinend aber nicht, bevor man aktuell den Vorwurf macht, man hätte nichts gewusst. Aber was ich überhaupt gar nicht verstehe, ist, dass Sie sich hier hinstellen und nach einem Konzept für den Flughafen Kassel-Kallen schreien, wo im Jahr 2010 der damalige Finanzminister Weimar in Kassel vor Ort war und alle gefragt hat, Sie wollten aufgrund der Kostensteigerung von 151 Millionen € auf 225 Millionen € wirklich diesen Flughafen gebaut haben. Wer hat als erstes hier geschrien? Jede. Das waren die Sozialdemokraten in Kassel, Stadt und Land. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Meine Damen und Herren, bitte. Meine Damen und Herren, hat allein das Wort Frau Kollegin Müller? Anscheinend habe ich Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen. Beifall bei Abgeordneten der SPD und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Was ist denn daran eine Unverschämtheit? Es war so. Beifall bei Abgeordneten der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wir haben immer den Bedarf angezweitelt aus bekannten Gründen, im Gegensatz zu anderen. Es gibt zahlreiche Flughäfen in der Nähe, Erfurt, Paderborn, Frankfurt, Hannover. Aber auch das hilft jetzt im Nachhinein alles nichts mehr. Der Flughafen ist gebaut. Wir haben in der Koalition verabredet, dass der Flughafen im Jahr 2017 evaluiert wird. Bis dahin bekommt er eine Chance, sich zu entwickeln. Das ist nicht mehr viel Zeit. Auch die Negativschlagzeilen wie z. B. der fehlende Winterflugplan tragen sicherlich nicht dazu bei, das nötige Vertrauen zu entwickeln. Aber wir hoffen, dass Kassel-Calden jetzt einmal aus den Negativschlagzeilen hinauskommt. Aber jetzt eine Entscheidung zu treffen, wie DIE LINKE das heute sofort und gleich fordert, wäre nicht nur in Anbetracht der hohen Investitionssummen verfrüht. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir arbeiten den Koalitionsvertrag ab. Der Flughafen und seine Entwicklungsperspektiven werden nächstes Jahr evaluiert. Danach ist die Entscheidung offen, wie es weitergeht. Die Vergabeverstöße werden bewertet. Eventuelle Rückforderungen werden gestellt. Alles muss vollständig aufgeklärt werden. Gleichzeitig begrüßen wir die Initiative des Finanzministeriums, bei zukünftigen Großprojekten gemäß den Ausführungen des Rechnungshofs größtmögliche Transparenz und Akzeptanz herzustellen. Auch die intensivere Einbindung des Landtags ist zu begrüßen. Denn das Problem haben wir nicht nur bei Kassel-Calden, sondern auch bei vielen anderen großen Infrastrukturprojekten. Da reicht es denn nicht aus, wenn wir die Bemerkungen des Rechnungshofs – immerhin können wir das dann lesen –, aber dann ist es meistens leider zu spät. Deswegen freuen wir uns, wenn sich die Auskunftsfreudigkeit der Landesregierung in dieser Beziehung erhöht. Gleichzeitig geht ein Appell aber auch an alle zu mehr Ehrlichkeit und Mut, nämlich in den Entscheidungen. Nicht jedes Projekt, das einmal für gut befunden wurde, muss dann auch durchgezogen werden, egal, ob es einen Bedarf gibt oder nicht. Nicht nur, um das Gesicht nicht zu verlieren, oder der oder die Erste sein zu wollen, der nicht mehr dazu steht. Unser Maßstab muss sein, ob es einen Bedarf gibt, ob es der Allgemeinheit ist und ob es zu finanzieren ist. Ich finde, es ist auch keine Schande, die Meinung einmal zu ändern. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD In diesem Sinne lassen Sie uns nach vorne blicken, Kalten ein gutes Ja wünschen und dann im nächsten Jahr, nach erfolgter Evaluierung, entscheiden, wie es weitergeht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 903-DIE GRÜNEN Die nächste Wortmeldung ist Herr Kollege Weiß für die Fraktion der SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht zuerst – es ist schon bemerkenswert –, wie viele Dinge in der Debatte hier durcheinandergeworfen werden. Zuerst von Kollegen van Ooyen und jetzt von der Kollegin Müller. Herr Pentz, wenn Sie dazwischenrufen, ich gebe Ihnen einmal den Tipp, lesen Sie einmal im Protokoll nach, an welchen Stellen die CDU-Fraktion eben so geklatscht hat, und überlegen dann im Nachhinein, ob das alles so angemessen war oder nicht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Herr Kollege van Ooyen, der ja auch alles fleißig durcheinander schmeißt, die Sinnhaftigkeit vom Flughafen und den Rechnungshofberichten, die nichts miteinander zu tun haben. Herr Kollege, man kann einen Flughafen, den man für unsinnig hält, auch rechtmäßig ausschreiben, und man kann einen Flughafen, den man für sinnvoll hält, auch rechtswidrig ausschreiben. Da besteht kein Zusammenhang. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Fangen wir mit dem Rechnungshofbericht an. Herr Dr. Arnold hat es eben schon getan. Ich will mich natürlich auch als allererstes im Namen der SPD-Fraktion, Herr Präsident Dr. Wallmann, bei Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken dafür. Diese Sonderberichte nach § 88.2 LHO sind für uns gerade als Opposition immer sehr hilfreich. Sie haben ganz andere Möglichkeiten, in bestimmte Verfahrenstechniken der Landesregierung Einblick zu nehmen, als wir das in der Opposition haben. Von daher ist das sehr hilfreich. Der letzte 88er, an den ich mich erinnern kann, ist der Sonderbericht zur Förderung der European Business School. Wer es vergessen hat, hat heute noch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf versuchten Betrug in Höhe von mindestens 1,6 Millionen € zulasten des Landes Hessen anhängig. Wir schauen einmal, was dabei noch herauskommt. Wir müssen uns als Erstes anschauen, den Rechnungshofbericht. Wenn man den versucht, ein bisschen zu strukturieren, dann kommt man auf drei politisch relevante Komplexe. Der erste ist der Bereich der Durchführung des offenen Verfahrens oder des Verhandlungsverfahrens nach der Selektorenordnung. Hätte das offene Verfahren frühzeitig per Zuwendungsbescheid angeordnet werden können oder nicht, das ist, glaube ich, der erste Komplex, den man politisch betrachten muss. Der zweite Komplex ist der Bereich Vergabeverstöße und Rückführung von Zuschüssen. Der dritte Bereich ist der Bereich, den ich politisch am spannendsten finde, die Kostenentwicklung und die Unterrichtung des Landtags. Der Landesrechnungshof schaut eigentlich immer auf zwei Punkte, bzw. wir müssen als Politiker immer auf zwei Punkte schauen, wenn der Rechnungshof uns Berichte vorliegen. Das erste ist, ob die Landesregierung bei der Gewährung von Zuschüssen die notwendige Sorgfalt bei der Verwendung von Steuergeld beachtet und ist dem Land ein Schaden entstanden. Ich finde, dass es die eine oder andere Stelle in diesem Bericht lohnt, da etwas genauer hinzuschauen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN der Abg. Janine Wissler und der Abg. Janine Wissler und der Abg. Janine Wissler So hat es Hessen Mobil gemacht, so macht es Hessen Mobil noch heute. Bei Zuwendungsbescheiden, die Hessen Mobil herausgibt, ist verpflichtend für die Zuwendungsempfänger das offene Verfahren. In diesem Fall war es nicht so. In diesem Fall war es nicht so. Es gab in diesen Zuwendungsbescheiden keine Auflage für das offene Verfahren, und deswegen wurde hier das Verhandlungsverfahren gewählt. Herr Kollege Hahn, natürlich kann man auch den Hinweis geben, dass das in der Amtszeit des Wirtschaftsministers Posch war. Da werden Sie sich sicherlich auch wieder darüber freuen, weil die Beendigung dieses Verfahrens nämlich unter dem Wirtschaftsminister Rentsch erfolgte. Das Problem ist nur, da waren 95 % der Vergaben schon durch, über die wir hier reden. Ich finde, dass das durchaus klärenswert ist. Der Rechnungshof sagt nicht explizit, dass dieses Verfahren rechtswidrig ist, aber es ist praxiswidrig. Es ist vor allem, was ich höchst interessant finde, in keiner Weise irgendwie dokumentiert, warum in diesem Fall auf das Verfahren verzichtet wurde. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 % des Abg. Janine Wissler Zum zweiten Punkt, zum zweiten Punkt der Vergabeverstöße. Da hat der Rechnungshof ein Beispiel für großräumiger Erdbau gegeben. Da kriegt man schon große Augen, wenn man das alles durchliest. Da waren erst 18 Teilnahmeanträge zu Beginn, die auf sieben zusammengestrichen worden sind. Dann sind sie ohne dokumentierte Begründung von sieben auf vier reduziert worden, wieder ohne dokumentierte Begründung. Von den vieren bekam dann einer den Zuschlag. Nachdem er den Zuschlag bekommen hat, gab es dann Nachverhandlungen. Da gab es dann eine neue Grundlage. Wenn diese Grundlage sich danach heraus von Anfang an gegolten hätte, dann hätte nicht der das beste Angebot gehabt, der den Zuschlag bekommen hat, sondern der hätte das schlechteste Angebot von den vieren gehabt. Auch da finde ich, dass das ein Punkt ist, wo man durchaus einmal genauer hinschauen kann. Das Wort dubios hat der Kollege van Ooyen eben schon verwendet. Das ist im Wirtschaftsausschuss gefallen. Hier haben wir auf jeden Fall einen Punkt eines, wie ich finde und wie auch der Rechnungshof findet, krassen Vergabeverstoßes. Ich habe im Wirtschaftsausschuss bereits gesagt, aus meiner Sicht ist das eher ein Fall für den Staatsanwalt als für einen Parlamentarischen Ausschuss. Wenn ich die Berichterstattung in Wiesbadener Kurier so gelesen habe, und der Herr Kunz ist normalerweise immer gut informiert, scheint es wohl auch so zu sein, dass sich die Staatsanwaltschaft Kassel schon für diesen Rechnungshofbericht interessiert. Ich hätte da absolutes Verständnis dafür. Was der Rechnungshofbericht in dem Punkt allerdings nicht sagt, das muss man auch sagen, er weist hier keine klare politische Verantwortung zu, weil er keine Betätigungsprüfung gemacht hat. Das heißt, das ist wiederum etwas, was wir uns in der politischen Diskussion anschauen müssen. Wie sind die politischen Verantwortlichkeiten genau gewesen? Auch da, glaube ich, ist die Debatte heute noch nicht zu Ende. Der dritte Punkt ist die Kostenentwicklung und der Punkt der Unterrichtung des Landtags. Herr Minister Schäfer, das finde ich schon ganz spannend. Da ist ein Punkt drin, da hat der Rechnungshof auch großen Wert darauf gelegt, dass eine auffällige Delle in der Entwicklung der Gesamtinvestitionskosten ist. Auffällige Delle nenne ich es einmal. Im März 2010 gab es einen Einbruch in der Schätzung von über 9 % zum Vormonat, um danach wieder über 20 % hochzugehen in der Entwicklung. Der Rechnungshof spricht da von einer klaren Auffälligkeit. Vor allen Dingen kann man sich wirklich fragen. Wir haben eben schon von einem Fraport-Gutachten gehört. Es gibt ein Gutachten, das exakt das Gleiche und das Gegenteil gesagt hat. Das Fraport-Gutachten hat nämlich gesagt, der Flughafen wird teurer als ursprünglich gedacht. Was ist in der Schätzung gemacht worden? Es ist sogar weniger angenommen worden. Da kann man durchaus einmal nachfragen, wie das kommt. Hat das etwas damit zu tun, inwieweit der Hessische Landtag unterrichtet werden soll oder nicht? Was mich vor allem interessiert hat, ist der Bereich dieses ominösen zweiten Gutachtens. Da haben wir im Haushaltsausschuss auch große Ohren gekriegt. Der Finanzminister hat das alles verteidigt. Es gäbe ja ein zweites Gutachten der Fraport, und da würde das ganz anders aussehen. Daraufhin hat der Rechnungshof gesagt, es gibt zwar ein zweites Gutachten, aber das betrifft einen ganz anderen Flughafen. Das betrifft überhaupt nicht den. Selbst wenn es zum Tragen gekommen wäre, würde es immer noch nicht die große Finanzierungslücke erklären. Wenn ich gehört habe, dass dieses Gutachten sogar nur fünf Tage nach dem ersten Gutachten datiert worden sein soll, dann, Herr Minister Schäfer, wirft das allerdings für mich einige Fragen auf. Dann frage ich Sie, und da können Sie ja gleich noch Stellung zu nehmen. Wussten Sie, dass dieses zweite Gutachten, mit dem Sie im Haushaltsausschuss argumentiert haben, einen ganz anderen Flughafen zum Gegenstand hatte. Wenn Sie es nicht gewusst haben, ist es eigentlich ein unverantwortliches Informationsdefizit. Wenn Sie es gewusst haben, dann fühle ich mich ganz ehrlich gesagt an der Nase herumgeführt im Haushaltsausschuss mit dieser Argumentation. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Eine zweite Frage, die sich uns da stellt. Wenn es offenbar ein ganz anderes Gutachten für einen ganz anderen Flughafen gegeben hat, der deutlich günstiger war in der Variante von 2010, warum hat denn der Landtag davon überhaupt nicht erfahren? Ich finde, das wäre eigentlich die Pflicht einer Landesregierung gewesen, wenn es eine entsprechende andere Variante gegeben hätte, die deutlich günstiger wäre in der Bauausführung, eine solche Variante hier auf dem Haushaltsgesetzgeber vorzustellen. Das ist nicht passiert. Auch da können Sie vielleicht gleich noch etwas dazu sagen, wie Sie diese Situation einschätzen. Zu diesen drei Punkten, die ich jetzt aufgeworfen habe, wie ich finde, zu jedem Punkt davon gibt es durchaus berechtigte Nachfragen, die wir an der einen oder anderen Stelle noch stellen werden. Ich will zum Abschluss allerdings noch zu den beiden Anträgen Kurzstellung nehmen, die hier vorliegen. Zum ersten Punkt, Herr van Ooyen, weil Sie es eben auch gesagt haben, Sie fordern eine Herabstufung, um die Kosten zu senken. Das ist falsch. Mit einer Herabstufung zu einem Verkehrslandeplatz senken Sie nicht die Kosten, sondern Sie senken erst einmal die Erlöse, weil Sie natürlich Infrastruktureinrichtungen haben, die weiterhin betrieben werden müssen. Sie haben weiterhin die Abschreibungen von 12 Millionen € im Jahr usw. Das heißt, Sie haben weiterhin die Kosten am Bein, aber Sie streichen erst einmal die Erlöse weg. Deswegen finde ich das politisch aus der hohlen Hand geschossen. Ich finde es schon arg mutig, hier so einen Punkt zu setzen. Der letzte Punkt zum Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das finde ich schon ein ziemlich starkes Stück. Da steht in Punkt 5 drin, der Landtag steht zu seiner Verantwortung für den Flughafen. Daher wird er seinen Beitrag leisten, damit sich Kassel-Calden erfolgreich entwickeln kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, diesen Beitrag hat der Landtag schon geleistet, nämlich 2010. Da hat der Landtag nämlich genau das beschlossen, dass ein entsprechendes Entwicklungskonzept für den Flughafen Kassel-Calden von der Landesregierung erstellt werden soll, mit Stimmen der CDU, der SPD und der FDP. Das passiert ist bis heute nichts. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Herr Kollege, ich komme zurück. Ich komme zurück. Das passiert ist bis heute nichts. Über sechs Jahre. Kein Konzept der Landesregierung lief dafür vor. Stattdessen haben wir einen grünen Teil der Landesregierung, der sich bei Kassel-Calden immer noch so gibt, als wäre er in der Opposition. Er versucht weiterhin, ohne Verantwortung zu übernehmen, den ganzen Punkt zu diskreditieren. Wir haben einen schwarzen Punkt, der dafür sorgt, dass seit sechs Jahren der Auftrag, hier ein Entwicklungskonzept zu erstellen, nicht umgesetzt wurde. Von daher ist von Schwarz-Grün zu diesem Flughafen nicht viel zu erwarten. Zu einer Kurzintervention erteile ich Herrn Abg. Lenders das Wort. Lieber Kollege Marius Weiß, ausdrücklich an Sie gerichtet, rechtswidrig war die Vergabe beim Flughafen Kassel eben nicht. Du hast eben den Eindruck erweckt, man könnte einen Flughafen rechtssicher oder rechtswidrig vergeben. Den Eindruck, den du hier erweckt hast, kann man so einfach nicht stehen lassen. Es ist ganz klar, dass die EU die Sektorenvergabe vorschreibt. Ich empfehle der SPD, sich einmal mit den Flughafenbetreibern auseinanderzusetzen. Sie werden einem bestätigen, auch an der Adresse des Rechnungshofs, dass europaweit genau nach dieser Vergabe die Flughäfen und die Aufträge vergeben werden. Daher stelle ich mir die Frage, sollen die denn alle rechtswidrig sein? Nur allein die Frage, dass bei der Vergabemethode der Rechnungshof eine andere Auffassung vertritt, wie vergeben werden soll, ist doch nicht wahr. Die Praxis ist genau die, die in Kassel-Calden stattgefunden hat. Meine Damen und Herren, der Rechnungshof gibt uns eine Empfehlung, anders zu vergeben. Aber ich will Sie daran erinnern, dass gerade wir hier mit einer großen Mehrheit das Vergabegesetz geändert haben, weil wir als Haushaltsgesetzgeber eine andere Zielrichtung verfolgen, wenn wir öffentliche Aufträge vergeben wollen, als dass es der Rechnungshof in seiner Aufgabe oftmals vertritt. Meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Marius Weiß, dann doch wieder diesen Fall zu konstruieren, kommt hierher und erklärt uns, wo hat Dieter Posch jemals konkret Einfluss genommen auf den Auftrag, und wer den Auftrag bekommt. Das hätte ich einmal gerne gewusst. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Zur Antwort, Herr Kollege Weiß. Herr Präsident, lieber Kollege Jürgen Lenders, ich glaube, wenn du das noch einmal nachliest, dann legt sich die Aufregung ein bisschen, weil ich überhaupt nichts von rechtswidriger Vergabe gesagt habe. Ich habe gerade das Gegenteil gesagt. Ich habe eben gesagt, dass der Rechnungshof eben nicht festgestellt hat, dass diese Praxis rechtswidrig ist. Er hat lediglich festgestellt, dass diese Praxis praxiswidrig ist, weil sie nämlich der bisher gängigen Praxis widersprochen hat. Das ist das, was ich eben gesagt habe, und das ist das, was der Rechnungshof festgestellt hat. Worauf ich auch hingewiesen habe und wo ich übrigens auch bis heute keine Begründung oder Antwort darauf bekommen habe, ist es, dass es keine Begründung für das Abweichen von dieser Verwaltungspraxis gibt. Sie im Wirtschaftsministerium herrschte. Es gibt dafür keine Begründung. Weder dem Rechnungshof ist eine genannt worden, noch uns ist im Wirtschafts- oder im Haushaltsausschuss eine genannt worden. Dafür gab es schlichtweg keine Begründung. Von daher, lies noch einmal nach, was ich gesagt habe, und dann ist, glaube ich, der Schaum vom Mund auch ein bisschen weg. Das Wort hat der Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will mit der gleichen Unterscheidung beginnen, mit der Kollege Weiß eben begonnen hat. Das ist natürlich die Frage, die wir heute zu diskutieren haben, nämlich der Inhalt des Berichts des Hessischen Rechnungshofs. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, mit welcher grundsätzlichen Einstellung und mit welcher grundsätzlichen Einschätzung man sich diesem Projekt aus der Vergangenheit heraus nähert. Vielleicht machen wir gemeinsam die Kontrollüberlegung. Stellen wir uns vor, ein vergleichbarer Bericht des Rechnungshofs hätte, um in Nordhessen zu bleiben, bei der Errichtung und Sanierung der Museumslandschaft in Kassel gegeben, auch ein Projekt, in dem das Land mit gut 200 Millionen € investiert ist. Glauben wir gemeinsam, dass der Rechnungshofsbericht eine solch hohe mediale wie auch parlamentarische Beachtung gefunden hätte? Meine Einschätzung wäre eher nein. Das heißt, in unseren Köpfen schaffen wir es doch nicht immer, Einschätzungen zum Projekt als solches und Beurteilungen der konkreten Rechts- und Sachfragen so voneinander zu trennen, dass man auch ein Stück innerer Unvoreingenommenheit an den Tag legen kann, sich der Fragestellung jeweils zu nähern. Das war mir wichtig, das am Eingang einmal gesagt zu haben, um mich dann auch ganz konkret mit den Einzelpunkten auseinanderzusetzen. Ich orientiere mich wieder ganz gerne an den Gliederungspunkten, die Kollege Weiß vorgetragen hat. Ich glaube, das sind genau die Punkte, die zu diskutieren sind und wo man in der Tat auch unterschiedliche Einschätzungen haben kann. Da ist zunächst einmal die Frage der Kostenkalkulation und der Kostentransparenz gegenüber dem Hessischen Landtag. Herr Weiß, ich bin sehr froh, dass Sie nicht das wiederholt haben, was die beiden Herren Ihrer Fraktion, die unmittelbar nach Bekanntgabe des Berichts auch öffentlich geäußert haben, indem Sie mir in Person vorgeworfen haben, dass ich über die Kostenentwicklung aus dem Herbst und Winter 2014 und 2015 den Landtag bzw. die Öffentlichkeit nicht rechtzeitig informiert habe. Als Sie dann mit einem eigenen Antrag konfrontiert wurden, indem Sie genau diese Kostensteigerung im Hessischen Landtag zum Gegenstand Ihres Antrags gemacht haben, hätten Sie vielleicht auch den Mut haben können, hier zu erklären, dass wir uns vertan hätten, dass wir einen anderen Zeitraum gemeint hätten. Es wäre schön gewesen, wenn Sie diesen Mut besessen hätten. Jetzt zu der ursprünglichen Kostenkalkulation. Im Jahr 2010, als ich das Vergnügen hatte, das Amt des Finanzministers zu übernehmen, standen wir unmittelbar vor der Einbringung des Landeshaushalts für das Jahr 2011. Dort war die damals vorliegende Kostenkalkulation der Flughafengesellschaft Gegenstand der haushalterischen Veranschlagung. Ich habe mich der Mühe unterzogen und habe mir die einzelnen Beratungszeiten zu den jeweiligen Investitionsfragen in parlamentarischen Gremien angeschaut. Es gab einen dringenden Berichtsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, in dem wir im Haushaltsausschuss einmal sehr ausführlich über die Kostensteigerung diskutiert haben. Aber über die erste Kostenveranschlagung in den kursorischen Lesungen zum jeweiligen Einzelplan, vielleicht war das Protokoll unvollständig, aber jedenfalls intensive Diskussionen, weder auf der Frage noch auf der Mitteilungsebene habe ich das wahrgenommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wollte nur dokumentieren, das Interesse aus dem Parlament heraus, sich an der Stelle intensiv mit der Frage zu befassen, war jedenfalls nicht feststellbar. Zweiter Punkt. Die Vorgabe, welche Art von Verfahren die Flughafengesellschaft zur Anwendung bringen sollte, bin ich dankbar, dass in der Debatte auch klar geworden ist, dass von der Flughafengesellschaft angewandte Verfahren, nämlich nach Sektorenverordnung auszuschreiben, ist keineswegs rechtswidrig gewesen. Uns ist allen gemeinschaftlich bekannt, dass die Rechnungshöfe bundesweit seit vielen Jahren prinzipiell versuchen, auf das offene Verfahren hinzuwirken. Aus deren Sicht, das habe ich im Haushaltsausschuss auch gesagt, vollständig zu Recht, weil natürlich neben der Frage kostengünstiger Beschaffung auch Fragestellungen von Transparenz, Korruptionsanfälligkeit und Ähnlichem für einen Rechnungshof vielleicht eine andere Priorität haben müssen als für andere staatliche oder auch private Auftraggeber. In diesem Zusammenhang, wenn Sie sich mit Leuten unterhalten, die auf dem privaten Sektor große Bauprojekte betreuen, und Ihnen die Frage stellen, warum es bei der öffentlichen Hand in der Regel teurer als beim privaten, bekommen Sie von nicht wenigen die Antwort, dass Sie immer im offenen Verfahren nur auf den Preis schauen müssen. Wir Private haben die Chance, mit den Anbietern so lange zu verhandeln, bis es quietscht, bis wir zu Ergebnissen kommen. Ich will damit nicht einem Verhandlungsverfahren auf allen Ebenen das Wort treten. Ich will nur sagen, dass es auch logische Überlegungen gibt, genau das andere Verfahren anzuwenden, durchaus auch mit dem Ziel, zu wirtschaftlich besseren Ergebnissen bei Ausschreibungen zu kommen. Dritter Punkt. Das ist jetzt einer, der mich unmittelbar auch in persönlicher Verantwortung betrifft, die konkreten Vergaben der Flughafengesellschaft. Ich will es noch einmal festhalten, damit auch da kein Missverständnis entsteht. Die Vorbereitungen dieser Vergaben sind von einem im Vergaberecht, das hat bisher auch noch niemand bestritten, sehr erfahrenen, insbesondere bei der Herstellung und Errichtung von Flughafen, sehr erfahrenen Vergaberechtler im Auftrag der Flughafengesellschaft vorbereitet und dann von der Geschäftsführung durchgeführt bzw. dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorgelegt worden. Der Aufsichtsrat ist in keinem einzigen Fall von der Empfehlung der Geschäftsführung abgewichen. Zweitens. Nach Abschluss der Vergaben hat der Rechnungshof selbige geprüft und ist zu Feststellungen gekommen, auch zu Einschätzungen, was dem Vergaberecht gemäß war und wo es Verstöße gab. Ich komme gleich dazu. Diese Einschätzung des Rechnungshofs hat die Flughafengesellschaft auf meine Bitte hin durch einen Dritten, einen der anerkanntesten Vergaberechtler in Deutschland, gutachtlich prüfen lassen. Dieser kommt zu dem Ergebnis, dass von dem, was der Rechnungshof festgestellt hat, nach seiner Einschätzung der überwiegende Teil doch rechtmäßig vergeben worden ist. Diese Einschätzung haben sich zu einem großen Teil die Vergaberechtsexperten des Wirtschaftsministeriums zu eigen gemacht. Jetzt will ich kein Aufrechnen, wie viele Vergaberechtler für das eine und wie viele für das andere waren, aber jedenfalls wird man mit Fug und Recht annehmen können, dass es jedenfalls hinlänglichen Anlass für die gegenwärtige Einschätzung gibt, dass man die Position der Flughafengesellschaft zumindest im allergrößten Teil der Vergaben vertreten kann. Dann bleibt eine Vergabe im Volumen knapp 2 Millionen € übrig, wo alle Beteiligten zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu dem Ergebnis kommen, dass an der Stelle Vergabefehler passiert sind, die am Ende nicht heilbar sein werden. Jetzt werden wir in Ruhe abwarten, was die Schlussverwendungsprüfung des Wirtschaftsministeriums im Anschluss an die Abwicklung des Gesamtprojekts ergeben wird. Dann können wir gemeinschaftlich einen Strich darunter ziehen, was möglicherweise an welchen Stellen zu Kritiken führen kann und wo an welchen Stellen nicht. Dafür stehen wir sehr offen und transparent zur Verfügung. Für jede weitere Form von Fragen hätte ich mich gefreut, Herr van Ooyen, wenn Sie sich im Wirtschaftsausschuss nicht nur zweimal gemeldet hätten, sondern Ihre vielen Fragen, die Sie eben vorgegeben hätten, auch alle noch im Rahmen des Haushaltsausschusses vorgetragen hätten. Ich hatte den ganzen Tag Zeit. Wir hätten die alle gerne gemeinschaftlich beantwortet. Da Sie sie nicht vorgetragen haben und auch heute tendenziell eher nur angedeutet haben, lässt eher die Vermutung zu, dass Ihnen die öffentliche parlamentarische Aufarbeitung möglicherweise ein höheres Interesse haben als an der sachlichen Beantwortung von Fachfragen. Aber das gehört zum parlamentarischen Alltag. Mit dem muss man sich am Ende auseinandersetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen weiterhin zur Verfügung, an dieser Stelle transparent und offen die Fragestellung zu beantworten. Denn es ist der Umgang mit Steuergeld in beträchtlichem Umfang. Da ist eine Landesregierung, da ist ein Landtag in Summe in einer Rechenschaftspflicht gegen die Öffentlichkeit. Dem stehen wir auch weiter sehr offen gegenüber. – Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Beide Anträge, § 3377, sind so die Fraktionen einverstanden, dass sie in den Ausschuss, den WVA, bewiesen werden. Widerspricht dem jemand? – Das ist nicht der Fall. Damit ist das so beschlossen. – Aufmerksamkeit in der Geschichte.